Frankfurt, internationaler Finanzplatz und Messezentrum. Hier lebt Lorenz Thalacker. Er arbeitet an einem neuen Wahrzeichen für die Frankfurter Skyline. Den Marienturm, in prominenter Lage im Bankenviertel. Der 155 Meter hohe Büroturm wird unter anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien realisiert. Eine der größten Herausforderungen besteht im engen Terminplan. Während oben noch Etagen betoniert werden, erfolgen unten schon die Fassadenverkleidung und der Ausbau. Lorenz Thalacker leitet den Innenausbau. Hier auf unserer Baustelle, dem Marienturm von Frankfurt, spielt die Baulogistik eine sehr große Rolle. Denn in der engen Innenstadt haben wir keinen Platz für Lagerfläche. Deswegen wird On-Demand beliefert mit ca. 30 LKW am Tag. Hochtief realisiert den Marienturm im partnerschaftlichen Prefair-Verfahren. Bausäule und Kosten, etwa für die hochwertige Ausstattung, wurden in einer intensiven Pre-Construction-Phase mit dem Kunden gemeinsam ermittelt. Die Grundlage für alle Arbeiten. Hochtief zählt weltweit zu den führenden Hochhausbauern. Gerade in Frankfurt hat diese Kompetenz Tradition. Der Marienturm ist der 20. Skyscraper, den wir hier realisieren.